Hallo und herzlich Willkommen zu Train Conductor World. Ihr habt gesehen, ich habe einfach so ein Intro jetzt mit Abonnieren, also Daumen hoch, Abonnieren und Glocke aktivieren. Ja, das habe ich mir extra noch geholt, weil das eine Intro nicht passt mit Train Conductor World. Und warte mal. So. Es haben nämlich Berlin freigeschaltet. Nein. Und so. Starke Winde. Starke Winde. Ja, ich zeige euch jetzt mal Berlin. War mal so schlecht. Warma. Warma. Da. Das war's für heute. 1.5 Millimeter Nein! 2. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Weil man sieht, dass der gleiche scheint. Ich bin echt dann auf der anderen Seite. Hallo! So, kurze Unterbrechung gewesen. Das, rief. Der Schmerz. Er bahs, dass die Überlauf. Der Schmerz. Er ist eine, die andere. Er ist ein desconferent. Hier ist der Schmerz. Er ist ein deutlicher Grund für die Zeit. Mann, die Kalki! Die Musik 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 Nein! Dann noch das ist das Chai. Da! Daaa! Ich hab ihn! Komm! Komm! Nein! Nein. Nein! Nein! Wuuu! Nein! Ohhhhhhhhhh! Und es ist so knapp, wenn es draußen schon nur ... ... Geldzeug drin kann. Ja genau, Geldzeugzeug. Ich krieg jetzt schon mal schotzen. Ich weiß nicht, dass es eine kleine Vier ist. Jetzt habe ich ihn zu kleinen Mille zurück. Ich brauche dich aus. Ich mache Glück, dass er da macht und erいい. Und er zieht sich die Potenziale an. Es ist nicht so gut. Ehe, ich habe hier keine Worte. Was? Das meine ich. Das ist so unfair. Wenn man genau voran kommt der Zug in das Ziel, kommt dann noch ein anderer und fährt dann volle Kanne rein. Das ist so ne übelste Kackscheiße. Halt die Fresse. Ja komm los. Blau Mann. Mann. Da! 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 Fast! Bye bye. Hä? Komm mal kurz, ich hab geöffnet. Ja, das Problem ist nämlich bei der Fresse, dass man die Fresse nicht mehr verletzt hat. Weil er will, wie bald so ein Video aufhört, tüft sich das auch mal zusammen ab. Ja, da war es. Der rotete war der Kiepsfilm reinfahren, und dann kommt der so ein blauer Bitter auch einmal. Okay, wir haben schon wieder alles gefüllt. Ich würde sagen, vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!